Ich habe mir hier ein Foto direkt aus der Kamera, also die JPEG-Version aus der Kamera geöffnet, um etwas zu zeigen, und zwar, wie kann man mit Photoshop Elements ein Foto, was vielleicht extremer belichtet war und etwas unerbelichtet war, retten, ohne gerade an die Rohdatei zu gehen. Einen schönen Weg, den ich sehr gerne einschlage, ist die Tonwertkorrektur und da ist der Trick dabei, dass man viele kleine Änderungen vor sich nimmt und nicht mit einem Schritt zum fertigen Ergebnis kommen möchte. Hier in dem Foto sehen wir, dass oben der Bereich unter den Haaren im Gesicht zu dunkel ist und dann ist hier der untere Bereich etwas zu hell geraten im Vergleich dazu. Dazu würde mir noch auffallen, dass hier oben die Farben so ein bisschen zu farbig, zu knackig, zu rot sind, also drei Sachen, die wir ändern sollten. Gehen wir vor, und zwar ändern wir erstmal die Belichtung unten. Ich erzeuge mir eine Tonwertkorrektur und reduziere die mittleren Werte Richtung dunkel, geht in die Richtung, und ich hole mir auch nochmal aus den hellen Bereichen die Weißwerte raus. Wenn man den nach unten fährt, dann wird das Bild graulich und matschig. Alles, was dieser Regler hier auf der rechten Seite unten macht, ist, dass er die Weißwerte grau macht. Dadurch bekommt man Zeichnung zurück, muss man ganz vorsichtig machen, aber funktioniert. Jetzt habe ich das natürlich auf das ganze Bild angewendet, und um den nur in den unteren Bereich anwenden zu lassen, diese Änderungen, diese Ebene, gibt es einen kleinen Trick, und zwar nehme ich mir den Verlaufsfilter in Schwarz-Weiß-Verlauf und fahre mir von unten nach oben schräg durchs Bild. Wie man sieht, habe ich mir hier jetzt einen Verlauf aufgemacht, und dieser Verlauf in der Ebenenmaske definiert, wo diese Änderungen denn wirklich greifen sollen. Im Endeffekt nur dort, wo der Bereich hier unten eben weiß-hell ist, wird auch das Bild eingefärbt. So rum, wo der Bereich hell ist, da werden die Änderungen übernommen. Hier oben, in diesem Bereich hier oben, da ist natürlich auch dunkel, da wird gar nichts gemacht. Wenn ich jetzt da große Bildbereiche habe, die so schön verlaufend sind, dann eignet sich gerade dieses Verlaufswerkzeug sehr gut. Wenn ich jetzt einen Bereich habe, der so ein bisschen rundlicher mittendrin im Bild sitzt, da kann ich natürlich eine andere Methode anwenden. Punkt Nummer 1, ich erzeuge mir wieder eine neue Tonwertkorrektur, diesmal in die andere Richtung, invertiere die Maske, nehme mir den Pinsel, fahre da auf eine relativ große Höhe und zeichne mir die Helligkeit einfach so selber ins Bild. Das sieht man hier unten, was es gemacht hat. Es gibt noch einen anderen Weg und zwar, auch interessant zu zeigen, ich gehe wieder mal auf das Verlaufswerkzeug, gehe aber dann in radialer Verlauf und mache mir dort die Stelle, die ich nach außen ziehe und erzeuge mir hier dann auch so einen schönen, schönen Verlauf, der in der Mitte des Bildes sitzt. Ich kann natürlich auch die ganzen Arten und Behandlungsmethoden zusammen anwenden, also erstmal so einen radialen Verlauf machen, plus nochmal ganz gezielt mit vielleicht auch weniger Deckkraft in das Bild nochmal reinmalen. So, jetzt haben wir nur noch das eine Problem über und zwar die Sättigung und auch hier arbeiten wir mit dem Ebene-System. Ich gehe in die Kontraste, die reduziere ich ein bisschen und hole mir auch die Sättigung etwas heraus, ich würde sagen, so auf minus 10%. Man sieht auch schon, wie die Haare so ein bisschen weniger leuchten und auch hier invertiere ich die Ebene, hole mir meinen kleinen Pinsel hinzu und arbeite mit niedriger Deckkraft mehrmals über die Stellen. Also, ich möchte nur gewisse Bereiche bearbeiten, deswegen auch nur diese Bereiche mit dem Pinsel auswählen, die wirklich vor Farbe nur so strotzen und deswegen kann man hier an diesen Spitzen hier so ein bisschen die Farben rausholen. Ja, auch eine sehr schöne Sache, drei bis vier Sachen haben wir jetzt hier in diesem kurzen Video geklärt. Also, man hat den Verlaufsfilter, der eignet sich besonders gut bei One-Light-Setups, nämlich wenn von oben nach unten bei Menschen der Verlauf eben existiert. Wenn die Lichtquelle oben ist, dann wird natürlich unten etwas dunkler belichtet und dann kann man das natürlich auch gegen aufhellen mit so einem Verlauf. Dann den radialen Verlauf, hier auch im Verlaufsmilder-Menü, diesen oberen radialen, das ist überdeckt, da kann man das Radialverlauf einstellen oder einen linearen Verlauf. Und dann natürlich noch die Oldschool-Methode mit dem Pinsel drüber malen und dann eben auch das in verschiedenen Modi anwenden. Das heißt also hier erstmal in der Sättigung und der Kontrasteinstellung und hier bei den Tonwertkorrekturen. Also, kleine Schritte führen zum Ergebnis und so würde ich jetzt weiter, weiter, weiter das Bild verändern und auch ganz gezielt werden. Nehmen wir uns mal die Augen vor. Ich mache mir wieder eine Tonwertkorrektur und ich zoome jetzt mal hier ran. Das ist das Zoom-Werkzeug. Ich gehe jetzt mal näher an die Augen ran und dort hole ich mir jetzt einfach mal Informationen aus den Augen hervor. Ich mache sie heller. Gleichzeitig gehen mir die Kontraste flöten, deswegen muss ich so ein bisschen die Kontraste wieder reinnehmen. Ich habe mir also jetzt mehr Augenweiß rausgeholt und da ist natürlich auch wieder die Invertierung notwendig und dann der Pinsel und dann kann ich mit dem Pinsel ganz leicht, jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr als 33%, hier mir die Augen so ein bisschen ins Bild zurückholen. Man sieht, dass jetzt auch die Augen ein bisschen mehr strahlen, aber bei sowas immer aufpassen, nicht übertreiben, immer nur ganz dezent.